Willkommen auf Werners Fußballecke. Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werners Fußballecke. Heute stelle ich euch mal meine eigene Aufstellung für den FC Schalke für 2020-21 vor, inklusive der aktuellen Torhymne. Dann geht's los. Now it falls, I need a love, now it falls, I need a love, now it falls, I need a love. Dann geht's los. Und was meint ihr mit dieser Aufstellung? Habt ihr andere Vorstellungen, andere Ideen? Dann schreibt es in den Kommentaren. Und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Bis dann, tschüss.